ja Prozent das war er heute in Folge Prozent Leg of Legends auf Zocker TV hallo 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 Parkour Parkour ja man Prozent dabei haben wir durch heute den Gast das ist der Kai zu Was, Kai-Zoo? Ne. Keine Ahnung. Kaios. K-A-Y-O-Z-Z Nicht Kai-Zoo. Kaios. Ja. Ja. Der Noob Kaios ist in der Mitte. Genau, da ist er. Da läuft er. Äh, was? Ne, ich tanze. Ja. Extra nur für dich. Ja, Tommy. Gundam-Style, was ist los? Der macht ehrlich den Gundam-Style. Ja, macht er wirklich. Das hat uns immer geändert, als es rausgekommen ist. Ne, ne, das hat's den Gundam-Style. Ey sexy lady. Oop. 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 Mega nice. Voll gut. Ah, was ist das? Ah, was ist das? Kannst du mal aufhören zu tanzen? Aber warum? Ich seh doch alles von hier. Ist doch alles gut. Ich kann ja im Busch weiter tanzen, dann seht ihr mich halt nicht. Äh. Äh. So, mal gucken, wie es hat er läuft. Das war sie mit, äh, 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 äh. Das war sie mit, äh, 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 äh. Äh, äh. 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 So, mal gucken wie es hat er läuft. Mein Vater war so klug und hat den Müll nur draußen rum geschoben. Nein. Boah. Was? Äh, nein, äh, äh. Ich wollte den Last-Hit, aber irgendwie wollte er mir den nicht geben. Ne, er wollte sich, äh, wollte nicht, dass du gedacht hast. So. Deswegen. Ist halt ne Akali in der Mitte, ne? Ah, ja. Und ein Late-Gamer? Oh, so weit aus. Hm. Na, scheiße. Die macht mich voll fertig, wenn ich nicht aufpasse. Oh, ja. Das wird sie auf jeden Fall tun. Guckst du einmal nicht richtig hin, bis jetzt hier. Verstehe ich. Ui. Und das ist gerade irgendwie so drin. Ah, guck mal. Du misset von einem Scheiß-Shako. Geh bloß weg. Da wartet der auf meinem Red. Bei meinem Red. Aber, das Gute ist, ich bin ein Fernkämpfer. Das heißt, ich kann da einigermaßen gut draufhauen. Ich hab noch einen einzigen Fernkämpf-Skill. Nein, ausschließlich halt. Ach. Ach. Ach komm. Ach komm. Loll. Alter was mit dem geht, mit dem nicht richtig. Baut die rein. Zieh in die Karte. Wollt nicht. Blaupassen-Shako das war dann hier, ne? Oh, ja. Oh. Jetzt hätte ich den Ding fast entzündet. Ich hätte fast schon den ersten Kill. Ja, toll. Soviel zum ersten Loot. Mhm. Essen Kill ist nicht gut. Jawoll. Der ist ja immer noch hier. Würdest du mich verarschen? Sag mal. Äh. Kali ist schon mal weg. Allgemein, wie soll der? Der hat entzündet sogar mit. Der hätte mich richtig trollen, der Junge. Der Typ ist der Geilste. Niemand fasst den Hut an. Dein Hut, weißt du? Ja, genau der. Ah, wenn ich schlecht, keine Last Hits gekriegt. Doch, achten. Das größte Problem ist wirklich diese Chance. Schöpfchen. Ich krieg einfach immer noch keine Last Hits. Ich spiel dir immer an. So schlecht gerade, ne? Ich hab noch mal meine Ulti. Ach, alles sehen, was in sich im Busch verwirrt. Ja, oder irgendwas. Ei, 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 ei. Neu. 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 Ja, Kollege. Ping da, was du willst. Ich komm da nicht hin. Ne. Und ficken du uns beide, ey. Ja, wusste ich's doch. Mein Gott. Na gut. Dann halt so. Das Poppy. Meeep. Ja, Poppy gängt jetzt jede Lane durch. Das ist richtig so. Jawoll. Komm, gibts mir. Da geht noch was. Jawoll. Ach ja, der Akadi kam gerade wieder und ist dann einfach durchgerannt und ist auch nicht losgegangen. Sie sind da immer. Einfach so. Einfach so, weil das kann. Ja. Und wohlbemerkt, der ist schon zwei Mal zurück gewesen. Noch gar kein Mal. Dann wird mal langsam Zeit, würde ich sagen. Ja. Komm, Alkadi, da kriegst du noch etwas. Lass sie doch sein. Lass sie doch sein. Ja. Guck mal. Ja. Jetzt wird er denn mit dem Blut. Boa, jetzt wurde ich entzündet und jetzt werde ich sterben. Eieieieieie Damnit! Was ist mit dir? Nee, mich entzünden ist einfach nur ein ganz normaler Skill. Keine Ulti, Schatzi. Achja... Hast du doch auch, oder nicht? Nimmst du das nicht mit Geryl mit? Jetzt mal überlegen, was muss ich denn jetzt hier schön aus einkaufen? Alles. Alles ist immer gut. Leben und so... Ja, machen wir doch mal. Ah, ich kann ja nicht damit hin teleportieren irgendwo, ne? Oder wie war das? Ja, mit der Ulti. Äh, äh... Sexgum... äh, Champions Assange. Ach nee, war's keine Ulti. Schade. Nee, Ulti's noch nie bei dir. Ich wusste nicht, wo B ist, deswegen... Ich hatte die, äh... Irgendwann genutzt, weil ich dachte, die macht vielleicht auch irgendwas mit Damage, aber irgendwie war das nicht so. Das tut sie leider nicht. Ah, nö. Und das Poppy hier wieder. Das? Ja, die das Poppy. Ja, ja, genau. Ah, die verschwindet die ganze Zeit. Einfach so. Ja, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ist das hier oben oder was? Was? Geh mal oben ganken. Kann ich hoffentlich mit meiner Ulti? Okay. Naja, kannst du auch. Dann weiß ich, die hat jemand da entgegen können. Na toll. Hab ich meine Ulti benutzt? Was bringt's mir? Nächts. Ja, nix. Ja, nix. Ganz toll. Oh, nein. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Du hast auch noch Aufwand. Oh Mann, ey. Was hast du? Ich hab's auch noch Aufwand. Und was hast du gesagt? Du Nudel? Ne, du Nudel hab ich nicht gesagt. Du Jude? Auch nicht. Irgendwie sowas. Ne. Ne? Ja, 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 ja. Alles aufwand, hab ich ja gehört, ne? Gut. Aber wo du das gerade sagst, meine Aufnahme läuft auch schon die ganze Zeit. Könnte Reindürig auch nachgucken, was du gesagt hast? Nein! Jawoll! Diese Poppy, ne? Diese haut man ab. Ich hab sogar hingepickt, dass ich da hinlaufe. Bist du Poppy, oder was? Was? Was bist du? Ich bin Jungler. Jungler, also Poppy. Nein. Nein. Ich fick dich. Hä? Was? Ich bin nicht Poppy. Ich bin immer noch Mastery. Ach so, aber Poppy gankt überall, oder was? Ja, was? Ja, was? Ich hab mir noch die ganze Gegend-Güse auf unserer Page. Jawoll! Haben sie den Rack gemacht. Nur so, und nicht anders. Ich will schon kommen, dann wird ne Runde. Crossack-Gun Thank-Du-Zu Schuze. Akk Essler, hins Mens Alps. Hack für Polen, denn es ist ja bereits ein neues Pokémon, Hack für Polen. Ich trau mich blöderweise nicht mal richtig ran ey, da ist schon wieder Poppy unterwegs bei mir. Ich gucke nix, das ist auch so ne, lass ein Nasus mal fahren, besser wie immer. Ja genau, vor allem das was echt das schlimmste was du machen kannst. Ordentlich Sex für Nasus und Game Over, das macht mich wohl nid. Diese Dauerslaune. Ach, sehr ruhig hin. Hast du dich schon unten gestorben? Oder was TX? Achtung. Mal wieder weg. Was? Don't push lane, hä? Ja, weil die ja überall gehen will. Der ist oben, du kannst mal pushen. Naja. Kommt jetzt gerade wieder runter. Naja, ich bin auf dem Weg aber. Hä? Hä? Feet, 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 Feet. Fick dich. Feet. Feet. Noob. Schraute. Ah, da ist noch einer. Ah, ich geh mir schon wieder gut nachzahlen. Feet, 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 Feet. Da konnte ich jetzt auch voll was für. Ja, da konnte ich auch was. Ja, natürlich. Wenn Chaco unsichtbar irgendwoher die rankommt. Alles klar. Magie durchdringen. Ah, Mann, Mann, Mann. Wir sind so OP, ne? Wer ist so OP? Ja, klar. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Never surrender, yeah. Never surrender. Oh. Äh, ja, gut. Ich würd da mal ganz schnell weg, bevor da noch alles kommt. Äh, ja, ja, ja. Ja, genau. Er ist gerade aufgestiegen. Wegen dir. Wegen den Kill. Ja. Ja, genau. Was immer noch. Ah, verlaufen. Diese Kombes so bescheuert eigentlich. Was ein kombo? Wow. Fünf, wen die kombo. Das einzige was wir für heute für eine kombo haben, ist äh... Nee, ich renn überall hin, Koppi. Aber es macht mir sowas richtig. wir machen verlust und die kriegen kaum der match voll die kranke kacke da war er gibt es mir ja du kannst mich feiert euch ich hab dir schon bei der auswahl gesagt dieses game ist entschieden das ist ja so natürlich das ist ja so das ist ja so wie sind alle schon kranke kombi weil einfach alle mega op tanki und so scheiß und dann schack und noch schön unsichtbar umpillern da überall zwischen Halleluja weil er war es besser draus machen sie fertig er hat nur für die Töte für mich verweigert mich nö weil er nicht verletzt ist um oben über der Köln zur Köln aber ich glaube ich woher ich die genau dahin zack schon bin ich da schon wieder zu kurz ja, guck mal, ist wieder unten vor mir sehen ja toll, es ist Akali hier, Nasus hier und dann Poppy ist mega ok ja und dann verpiss ich jetzt ja, ich komme Akali hier jawoll die ist hier zwischen da das weiß ich genau da komm, machen wir ja, ja, ich habe ihn, ich habe ihn das ist der Wahnsinn, scheiße ich hätte nie gedacht, dass ich den nochmal töte oh man, jedes Mal so ganz knapp weggekommen aber schön, dass du dich für mich geopfert hast ja, toll ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt muss ich dir jetzt ja mal sagen aber ein eigenes Tempo, ab dem Zeitreduzierung Mana, das hört sich doch gut an boah, unsere Nase kannst du nicht sehen ja, Drake, Drake mach Shaco alleine Fuck! Alles. Auf dem Weg, auf dem Weg. Heute fährt die Achtzehn bis nach Istanbul. Komm, bleib stehen, Kollege. Und, 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 ja, hauptsache ich weiter wegschubsen, ne? Geschirr, bitte, ne? Soll ich mir ne Red snacken? Versuch's doch. Ich hatte jetzt mein Dreifacher-Damage-Skill gerade. Äh, äh, Hilfe! 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 Ja, so, für mich. Ja, gar nicht gesehen. Boah! Boah! Mein Gott! Ja, und wie auch noch, komm, da geht noch was. Hahaha, ich hab's überlebt! Heulige Scheiße! Und, du machst ne Dreifach-Tötung, herzlich willkommen! Kommst du die Hollow-Fame der Dreifach-Tötungen? Ja, wie das? Ei, 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 ei! Chaco, komm mal her! Komm mal her! Ja genau das ist wieder Chaco. Nein! Nein! Er lebt doch noch! Ja! Als nächstes kommt dann Nasus. Oh nein! Fein, dann klauen wir den! Den hat er noch gut gedacht. Ja, aber dafür ist die Ulti dann gut, ne? Ja. Bitte herzukommen, sich kurz neben den zu setzen und vor den. Läuft! Du wirst nie angegriffen. Was? Ich wurde nicht angegriffen? Nee, du wirst nie angegriffen. Aber ich musste da weg, sonst werde ich jetzt nicht platt gemacht. Siehst du ja jetzt. Ahhhh! 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 Oh je, gewin! Guck mal, Puppi wollte es dealen, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wow! Wow! Mein Ohr! Ja, so, was? W-w-w-wat? Ja, der hat dich, äh, äh, ja. Genudelt! Ja, weil der Flash kam so, äh, die Flash schon kam eher als der Flash selber. Genudelt! Das klar läuft's. Hrrm! Wow, 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 wow! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Ahhhh! Aufwischend, ihr habt raus. Oh, ich dachte, das war jetzt Ich dachte, das wäre jetzt hier hinter mir Keiner aus unserem Team, der da mal um die Ecke gelaufen kann Von die Paranoia geschoben Da kommt schon wieder einer Und da kommt der zweite Mann, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, der Nasus, der Nasus, unglaublich Oh, fucken Ja, rennen, rennen, was erzeugt, halt, der macht mich platt Allgemein, Alter, ist hier viel Na ja Very hard Wo ist unser Gangkling wieder? Ach, da, warum ist er Ja Ich komme bestärkend zurück Ja Mega nice, mega nice, ey Dieser Typ Jawohl, Gangkling, mach da was, du bist easy Hahaha, da kommt die und snackt den Ah, so dumm Ich schreibe es ihm Ich glaube, hoffentlich wird das so geschrieben Genau Nasus Stack Ja, ey, ey Ich glaube, Nasus Also, Nasus ist unser größtes Problem Ah, das ist mein Gesicht Never Surrender Und der Nasus Ja Eieiei und so gibt es wieder bis du Pisa ja guck mal nein ist echt so ein Schlagklatsch kaputt keine Chance geht denn Naja sah auf jeden Fall lustig aus feier davon nur ja echt ist das war ich doch irgendwie ja oh oh man, oh man, oh man ich wollte grad Greg gucken nice ja ich würde sagen haben die auch noch einen Dragon dabei? drei Dragon, ach so ist das na gut drei Dragon läuft bei denen hm und die Superman jetzt sind auf mich läuft 999 ich bleibe so, wir kommen uns als nächstes schönes das da wow, 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 wow besser nicht da einwischen da aber hahaha ach das das hat er sich wahrscheinlich nicht so gedacht gehabt aber gut wer die wie? ja ja wahrscheinlich nicht mehr und der Nasus ist oben entfahren 500 Text, ok, ok alles klar, läuft bei dem was hast du denn gemacht, wenn du willst in der Mitte habe ich den kleinen Chaco gerade als Gast und den, äh ja so ja so ja so ja so da ja late game heilige Scheiße ich kann gerade nicht helfen aber ein Chaco alles klar dann gehen wir mal weg hier machen wir gerade mal unser unser Leben ein bisschen voll lüks ja du wirst nichts dürfen ja gern gleich ich weiß dass wir auch immer das gepinkt hat Na ja ja, wir hatten ne Party, jetzt machen die noch schön barren oder so, oder? Ende Gelände. Ende Gelände, ey. Jo! Das war 1, was ich kriege. Ja, Tower ist down, Leute, nur zur Information. Wie, ihr seid alle tot? Schon wieder? Ei, 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 ei. Komm, twistet, richtet jetzt hier. Jawoll! Applaus für meine großen Worte. Oh ja. Und es hat einfach nichts gemacht. Los, Gameplay. Und der macht einfach gar nichts, okay, hier gibt es AFK. Na dann. Tschüss. Hey! Was ist hier? Gib ihn! Oh ja! Der hat dich aufgegessen. Der geht direkt diese so weg. Der hat dich ja aufgefuttert. Na ja. Na ja. Das war's dann mit der Folge. Tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao. Na ja. Tschüss.